Ah, gehen wir in den Bunker. Eine Mission, okay. Das sieht nach einer Bunkermission aus. Ja, wird schon eingesmoked hier, ich hab keine Waffe, kein gar nichts. Ihr kommt wieder raus. Äh, ihr habt auch keine Waffe in dem ganzen Haus gefunden. Nur Granaten. Das ist kritisch. Achso, Bodysheet hab ich auch gefunden, ja. Ich hab einen mit einer Nate rausgeholt. Nice. Der hat auf jeden Fall Bock, ey. Zwei sind hinten in dem Kabuf hier drin. Noch einer down. Du bist gerade, glaub ich, Solo am Feindenlut. Ich hab auch nicht mal so viel Schuss und ich hab nur eine Waffe, das kacke jetzt. Down. 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 Er ist tot. Hab ich. Sehr schön. Was ist denn hier alles drin? Hat jemand uns genaded, ne? Ja. Hier grad so. Von oben. Der hat mich ignoriert. Setz der Haken ein. Stark, Mann. Das ist so dumm, die deutschen Texte, Mann. Die gehen mir aber grad schon ganz gut, ey. Setz der Haken ein. Hier ist ein Gegner drin. Feindkontakt. Weißer Amor. Push da jetzt einfach mal hinterher. Einfach weil ich wild bin. Ähm. Ja. Die haben mich halt gesehen, ne? Macht halt nichts. Du wirst ja nicht, dass ich hier bin. Oh, die haben mich jetzt gleich wieder pushen allesamt. Ahaha. Also die sind so drin. Wir sind von hinten beschossen. Ah, geil. Hm. Ja. Nehmen wir mal hin. Wir kommen alle zu dir, ne? Okay. Dann bleib ich erstmal hier, weil dann haben wir wenigstens eine Position. Hier hinten in dem Haus sind welche. Okay. Ich hab jetzt immer eine Flatline. Was sind denn die im Haus hier hin? Oh, du bist wieder da vorne alleine. Warte mal. Komm mal zu dir. Ich wollte mal wissen, wo die sich hin verkrümelt haben. Aber die sind irgendwo hingemovt. Okay. Aber die schießen doch links von dir. Ja, aber das sind nicht die... Oh, wo sind das die? Die schießen auf andere Leute dort. Links von mir. Sollen wir uns einmischen oder sollen wir die erstmal machen lassen? Ah, die bewegen sich da hin. Ja. Hm. Wo... Ach hier, guck mal. Da sind die anderen. Ja. Seh. Ach, sie sind auf der Seite beschossen. Die sind doch doof. Weiß, du greifst die Gegner gemeinsam an und dann wirst du von der Seite an gemacht. Blöd. Der hinten hat ein paar Hits. Ja, ist aber auch immer so, ne? Ja, wir sind aber hier an einer doofen Stelle. Wir müssen uns ein bisschen verdrücken, würde ich sagen. Aber wir sollen uns eigentlich nach hinten zurückziehen, genau. Ich werde jetzt hier plündern, ey. Ich lass das auf deutsches Weltklasse. Wo ist der denn? Du bist so random hingelaufen. Der läuft da rein und statt raus. Ist denn mit dem falsch? Kannst du mal kurz markieren? Auf dem Turm da oben. Boah, Alter. Ich hab nur ein normales Holo, ey. Kann ich doch knicken. Mal versuchen zu dem zu kommen oder willst du erstmal hierbleiben? Ich kann den Banner zumindest einsammeln. Wollen wir den direkt hier wiederbeleben? Das wird aber hart. Ja, das wird geistig. Denk ich zumindest. Aber so kann er seinen Loot zurückholen. Ich würd's versuchen. Ja, die Zone passt. Ich glaub ich bin auch ein bisschen beschäftigt tatsächlich gerade. Wir müssen uns nur eigentlich ein bisschen bewegen. Tatsächlich noch irgendwo eine bessere Pose haben eigentlich. Ach komm schon. Also oben am Turm sehe ich gerade niemanden. Ne, ne, die sind runtergegangen, wo ich die dann beschossen hab dort. Okay. Ja, der wird nochmal wiederbelebt. Ja, ja. Wir sind ja auch gerade beschäftigt. Ja, könnte gut sein. Eine Seilrutsche benutzen. Wird schon wieder geböllert. Jetzt geh ich hier mal hoch. Jetzt gehen wir auf den Turm. Oh. Nice. Nice, nice. Okay, das nehm ich alles. Er gönnt sich alles. Ich hab jetzt immer ein gutes Visier. Hier ist noch Energy Armour, falls du noch brauchst. Danke. Ich weiß, ob der Turm gerade so geil ist. Nö, findest du nicht? Nö, ich find ich ja so ein bisschen offen gerade. Dann gehen wir woanders hin, würde ich sagen. Wo ist unser Random eigentlich? Der ist AFK oder was? Wurde nachdem wir ihn wiederbelebt haben. Kann das sein? Ja, ich glaube der steht da hinten einfach nur. Ah, alt. Das sind so die Sachen, die mich schon zu weisgeln bringen. Du musst die Mühe, jemanden wiederzuholen und der, ich bin weg. Tschüss. Ja, das ist halt ein Teamspiel, das ist das Problem an der Sache. Wie in jedem Teamspiel, wenn du nicht verstehst, warum die Teammit dumme Entscheidungen treffen. Willst du damit rein? Da. Sind direkt hier vor uns. Willst du damit rein oder nicht? Wollen wir nicht einfach warten, bis die hier rauskommen? Oder mal so eine Granate rein? Die sind drin und falten halt drin, ne? Einer hat Low as fuck. Ich hab auch. Ich kann dir grad nicht helfen. Ich hab ein Marschilde neu. Ich glaub, gegen den, wenn wir gefeilt haben, der Fuß jetzt gleich. Die werden sich auch geheilt haben, tatsächlich. Boah, ich hab, was krieg ich für Hits hier? Ich muss eben kurz Felix gezien. Kann er grad nicht helfen. Drei Sekunden noch. In Ray. Ich hab einen abgesnackt. Hab einen. Nice. Das war glaub ich der letzte von dem Squad. Ja, müsste. War direkt down. Ich hab mir mal kurz ein Schild gesnackt. Weil da sind noch Leute. Im Haus. Nein. Ja, das waren zwei Squads. Ich wollt bloß ein Schild haben. Stark, Mann. Ich war Killspitzenreiter. Nehme ich gleich an Sven. Wir looten jetzt hier erstmal schön. So viel Zeit haben wir gar nicht mehr, tatsächlich. Ach, Mann. Sollte aber trotzdem noch ein bisschen gucken hier, ne? Also hier ist schon, hier liegen schon krasser Scheiß eigentlich. Naja. Wir haben ja auch noch. Alles gut. Noch zwei Squad Gegner. Ich muss auf jeden Fall heilen, ey. Sonst geht ja gleich gar nichts. Hast du genug Heilung? Ich hab so viele von mir sogar. Also ich hab jetzt aufgebaut, aber ich muss gleich nochmal wieder neue Heilkram haben, ne? Ich hab jetzt nur noch für Schilde. Danke. Hat der hier noch was drin? Ah, guck mal, der hat noch verschiedene Kram. Der Rinn ist in der Nähe. Hier nochmal Schildbatteriespitz. Ach, klasse. Granat. Ah, Weltklasse, Mann. Ich hab, ich hab eine so geil ausgerüstete Triple Take, Mann. Geht jetzt los, ey. Jetzt müssen wir noch die Triple Take helfen. Hits hitten, ne? Ja, sicher. Hast du den blöden Skalpiercer mitgenommen? Hau den Skalpiercer weg. Weil's du den brauchst, ne? Ne. Brauch ich nicht. So, Bewegung. Zone kommt. Gehen wir hier außen rum, ne? Oh, dachte ich jetzt. Und dann durch die Tunnel. Wie gesagt, wenn wir Schüsse hören, müssen wir da hin. Das ist eh nur noch zwei Squads, ein paar und wir. Sollen wir ein bisschen defensiver spielen? Gucken, dass ich erstmal ein paar Hits von weiter weg setz? Können wir versuchen. Ich hab auch ne Sniper. Du sollst dich übrigens voll heilen. Das könnte dein Leben sonst... Ja, frühzeitig beenden. Ich denke fast, die werden bei Bridges sein. Ein Team auf jeden Fall. Hm, doch nicht. In dem Canyon ist natürlich ein bisschen ekelhaft. Hm. Genau, das hab ich mir nämlich auch gerade gedacht. Und denkt dran... Oh. Ja, das ist natürlich jetzt nett. Liegen noch Granaten für das man welche braucht? Ja, gerne. Die Falten im Canyon. Bock auf ne Seilrutsche. Oh, ich denk's mir, dass das im Canyon ist. Eventuell ist auf der anderen Seite vom Canyon. Hier sind schonmal tote Menschen. Und daher kommt niemand entgegen. Oh. Einmal unten. Einmal oben. Triple take it. Boah, Mannes. Das Long ist down. Kommst du weg? Die werden gesandwiched. Einer hat gute Hits von mir. Die sind raus. Triple take it. Noch ein Hit. Die haben einen direkt vor mir hier, ne? Ich hab gleich keinen Schuss mehr, ne? Ist das Problem? Was ist mit Triple take oder womit? Nee, mit meiner normalen Waffe. Der hat Low. Fuck, Mann. Den hab ich grad geholt. Okay. Was ist denn normale Waffe? Ich hab Light Ammo. Ich hab auch Heavy. Aua. Ich hab nur noch Triple take. Jetzt für Nahkampf. Müssen wir kurz heilen. Er holt mich mit der Pumpgun, Mann. Das ist halt die fucking Mestive. Stark, Mann. Danke. Das war echt stark, Mann. Ich muss halt kurz durchheilen. Kann ich direkt ein Bild verschicken. Hallo, Sarah. You are the Apex Champions. Ich musste halt dort ein Stück weg von der fucking Mestive. Stimmt, ich war denn dort zu zweit. Weil der eine da aufs Feld gerannt ist, Mann.